so wie ich gerade erfahren habe ist die moschee geschlossen halt wegen dieser restaurierung also können wir leider nicht rein schade schade jetzt beim nächsten mal wieder dass man besuchen kann ja schade ich bin aber gespannt auf eure kommentare zu der moschee wie die ist ob sich es überhaupt lohnt sie zu besuchen ja dahinter also ich habe ja gehört ist die ist eine der schönsten bauwerke hier in kosia also hätte sich gelohnt glaube ich wie gesagt ich schaffts nicht einmal drum herum und das war's so ich komme hier irgendwo raus hier wird ich bin jetzt hier auf der Seite Untertitelung des ZDF, 2020